Moin und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute zeigen wir euch die Shelly Plugs. Shelly ist ein Smart Home System. Die Shelly Geräte lassen sich grundlegend in drei Kategorien einteilen. Relays, Sensoren und Plug and Play. Alle Shelly Produkte arbeiten ausschließlich mit einer WLAN Verbindung. Somit können sie simpel in bestehende Systemwelten eingebunden werden oder aber auch als eigenständiges System mit der dazugehörigen App verwendet werden. Beim Shelly Plug handelt es sich um einen WLAN Zwischenstecker. Shelly bietet unterschiedliche Modelle an, die wir euch jetzt gerne zeigen. Es gibt aktuell zwei Modelle der Shelly Plug. Der Shelly Plug und der Shelly Plus Plug S. Der Vorgänger, der Shelly Plug S, ist seit kurzem mit Deutschland nicht mehr verfügbar. Der Shelly Plug kann Geräte mit einer Leistung von bis zu 3500 Watt, also 16 Ampere, versorgen. Von der Optik unterscheidet er sich jedoch von den anderen beiden Modellen. Die meisten Funktionen haben wir alle gemeinsam. Der Zwischenstecker lässt sich einfach mit dem WLAN verbinden. Es ist also kein Hub erforderlich. Shelly hat eine eigene App, welche die Geräte steuert und bietet auch eine Cloud-Lösung für die Steuerung außerhalb eures Heimes an. Dazu kommt die flexible API-Ansprache der Geräte und Integration in Open Hub, dem Home Assistant, I.O. Broker und vieles mehr. Die Steckdose lässt sich individuell steuern. Es können benutzerdefinierte Tages- und Wochenpläne eingestellt werden, sodass sich die Geräte automatisch ein- aber auch wieder ausschalten. Außerdem kann der Plug dem Sonnenlicht folgen und von selbst dem Sonnenaufgang angehen. In Kombination mit anderen Shelly-Geräten lassen sich smarte Szenen erstellen. In Kombination mit einem Shelly Motion Bewegungssensor kann zum Beispiel das Radio eingeschaltet werden, wenn jemand den Raum betritt. Ebenso verfügen alle Shelly-Plugs über eine integrierte Energiemessung, um den Stromverbrauch genauestens zu überwachen und einen integrierten Überspannungsschutz. Jetzt schauen wir uns an, was der neue Plus Plug S für Funktionen bietet. Mit einer Breite von 4,4 cm passen zwei von den Shelly Plus Plug S problemlos direkt nebeneinander. Der Shelly Plus Plug S kann Geräte mit einer Leistung von bis zu 2500 Watt, also 12 Ampere, steuern und verfügt über alle Funktionen wie Tagespläne, Energiemessung und Überspannungsschutz. Positiv zu erwähnen ist auch, dass der Plus Plug S eine Kindersicherung besitzt. Ebenfalls sind URL-Aktionen möglich. Der Plug kann auch andere smarte Geräte direkt steuern bzw. direkt von ihnen gesteuert werden. Im Gegensatz zum Vorgänger, dem Shelly Plug, verfügt er zusätzlich über eine Bluetooth-Verbindung und einen eingebauten Temperatursensor. Auch der LED-Ring bietet viele Funktionen. Wenn der Shelly Plus Plug S auf Stromverbrauch eingestellt ist, zeigt der Stecker den Stromverbrauch durch einen sanften Wechsel der Farben von Grün für 0%, über Gelb für 50% bis zu Rot für 100% des Verbrauchslimits an. Die LED-Anzeige lässt sich nach Wünschen beliebig einstellen, damit es zum Beispiel perfekt an die Einrichtung angepasst wird. Der Shelly Plus Plug S hat also einige spannende neue Features. Wir empfehlen die smarten Zwischenstecker von Shelly jedem, der herkömmliche elektrische Geräte nachträglich smart steuern möchte. Die Shelly Plugs sind echte Allround-Produkte und bieten viele Funktionen. Vor allem lässt sich durch den Einsatz der Stromverbrauch reduzieren. Mit dem integrierten Countdown-Timer und lokal gespeicherten Zeitplänen schalten sich Geräte automatisch aus und sparen so viel Energie. Die Links zu den Shelly Plugs findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht ein Like da zu lassen und unseren Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.